Ich glaube, die CP entwickelt sich so langsam zu einem 100%-Let's Play. Das liegt eher daran sogar, dass ich schon bei dem Level schon bei der Hälfte angekommen bin, Level 15, Alter. Ja, ich habe wirklich sehr lange gespielt, das glaubt ihr mir nicht. Aber gut, willkommen zurück zu einem weiteren Podcast von Let's Play. Sonic Jump hier, ähm, ja, im Dschungel und, oh mein Gott, ich wäre fast gestorben, Alter. Und wir müssen halt, ähm, starren fressen. Ja, genau das müssen wir. Verstehen die, warum ich das jetzt noch nie verstehen wollte? Kommen die eigentlich hier welche Sachen runter vom Himmel? Keine Ahnung. Ich habe doch eh keine Ahnung, was ich hier labere, ne? So, Seite berührt. Ich glaube, ich habe noch einen roten Ring, Alter. Ah, die markieren wir geil. Aber jetzt kommt's, oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Was mache ich hier eigentlich? Sterben wahrscheinlich, ne? Oh nein. Verkackt, Alter. Ja, da nehme ich auch den Stachel in Kauf. Da nehme ich sowas von den Stachel in Kauf, ne? Das ist so, keine Ahnung. Verkackt, Alter. Amazing, Alter. Wow. Mein Time wird immer besser hier, ne? Habe ich das schon mal erwähnt? Nein. Jetzt wisst ihr es. Ach mein Gott, Alter. Wir werden noch so oft sterben wieder. Genau, wir müssen hier durch. Durch die geile Lücke. Ja, ich gehe sterben. Ich kann dafür meine Geheimwaffe ausspielen. Das Sicherheitsnetz. Genau dafür hat man es doch im Petro, nicht wahr? Dafür hat man doch ein Sicherheitsnetz. Oh Gott. Oh nein. Wow. Als wer das entworfen hat, der will mich sterben sehen. Definitiv. Einfach Simco 2. Das sieht schon tödlich aus. Und ja, ich habe Ringen geformt. Ich weiß. Aber hey. Ich habe alle roten Ringe. Scheiß drauf, ne? Ich habe sie alle. Ich habe sie wirklich manchmal auch nie alle, ne? Oh, habe ich auch eine Mission offen gehabt? Oh, okay. Ja, Bubbles. Das sind die Viecher, die wir vorhin hatten, ne? Ähm, man sagt gleich noch eine 50 Sekunde abschließen. Was zum Teufel, Alter? Wisst ihr, ich gehe mal ganz kurz schon eine Kleinigkeit erledigen. Ich habe sie so kurz, ähm, ja, dreimal treffen lassen. Von diesen Bubbles-Viechern, weil... Keine Ahnung, ich bin sterbegeil. Ja, that's really the reason, ne? Oh, mein Gott, Alter. Ich finde die Level interessant. Also, die Dschungel-Level fand ich auch schon immer genial. Ja, vor allem kleine Plattformen, die auch noch hier Bursche sind, Alter. Das hat schon was. Das hat definitiv was. Ähm, oh Gott. Ah, da ist der Nächste. Können wir das hin? Alter, gut, funktioniert schon mal, die Idee, ne? Oh Gott. Wie machen wir das jetzt hier, ähm... Wow, oh Gott. Ich liebe die Zone, ich liebe sie, volle Kanne, ne? Dafür nehme ich freiwillig gerne einen aufs Maul. Oh, ich liebe gerne einen immer aufs Maul, ne? Ich lasse mich gerne vermöbeln und so, ähm... Nein, ich habe jetzt nicht irgendwie jetzt hier übertrieben. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe mich überhaupt nicht gerne vermöbeln, ne? Wer will das schon? Und, Mission erfüllt. Willkommen wir schon mal wieder einen weiteren Punkt hier. Spikes 15 Mal? Na klar, meinetwegen. Gut, es wird so weit vorgeschritten im Spiel, deswegen... Können wir jetzt endlich mal die Mission... ...machen hier. Ähm, Moment. Wie viele weiter Items? Hallo? Wer nimmt mal beides mit, ne? Ach, scheiße, wie das sind. Oh, können wir wählen. Mein Plan war es aber so gescheitert, Alter. Warte mal, ich habe mir die Verschicken wieder. Keine Ahnung. Ah, verdammt, nein! Ich will doch nur... Ich will am besten eine Geringzeit haben und dann... Ah. Wir können doch eh immer aufs Maul. Ich vergesse es einfach mal. Ich werde es vergessen, Alter. Ja, ich kenne gerade so hell, ich habe es mal, Alter. Was? Wow. Das war ja jetzt ja gerade... ...Performance, Alter. Moment. Wir sind hier. Wo denn? Wächst der rote Ring? Oder kommt er noch irgendwo? Keine Ahnung. Der kommt da irgendwo. Ich muss nur genau drauf achten. Da kommt er ja schon. So, 100% haben wir auch schon mal eine Löffel. Oh, die formen jetzt nicht gerade einen Pilz. Nein, überhaupt nicht. Wie komme ich da rauf? Äh. Das ist auch gemein. Das ist richtig gut gemein gemacht, aber... Gut, dafür kennen wir ja Säger, ne? Hallo, rote Ringe. Schön, dass ihr alle vollzählig seid. Ich mach das echt ja 100% fach. Ich merk schon. So, Act 4. Wollen wir uns erstmal die Ringe, weil... Ringe und so. Oh ja, jetzt kommt das hier. Das Spiel, ne? Oh nein. Das war so klar, Alter, dass ich aufs Zumao kriege, ja. Die Kreissäge sind ja überall, Alter. What the fuck? Ich will immer gerne von der Kreissäge zersägt werden. Ich jedenfalls nicht. Okay, gut. Der Schiff wird mir jetzt wahrscheinlich null gebracht haben. Ah, da auch. Der hat mir null gebracht, Alter. Warum hab ich mich überhaupt geholt? Ich versteh's nicht. Bin ich so geistgestört? Ach, wahrscheinlich. Oh Gott. Meine Netze gehen gerade drauf, ne? Hab ich ja wenigstens meine Netze gerade, Alter. Voll drauf gehen, hier. Aber ich muss was erwähnen, ich hab alle roten Ringe, ne? Ja, die roten Ringe hab ich, ne? Aber ich hab ja ein Netz verschwendet. Das ist so traurig, Alter. Ach, meinetwegen. Oh, noch mehr Ringe, Alter. Können wir uns doch... Können wir uns ein bisschen übertreiben, ne? Ich aktiviere den Schild. Und geh ins Gras beißen, Alter. Was zum Fick, Alter. Ich hab zwar zwar Hotkeys gesetzt hier, dass ich hier ja die ganzen Items auch so benutzen kann. Aber... Oh, nein. Oh, Gott. Ähm. Okay, das war jetzt... ...der größte Fail meines Lebens. Wir können uns jetzt schon übersterben gehen, Alter. Wir haben keine Netze mehr. Wir haben alle Netze verschwendet jetzt. Die warten. Das heißt, jetzt müssen wir... ...ums nackt Überleben kämpfen, ne? Das wird ein Spaß. Das wird so ein Spaß, Alter. Das macht doch fun, Alter. Ähm, ja. Ähm. Oh, Gott. Ich werde jetzt nicht... Oh, nein, Alter. Oh, Gott. Ich muss jetzt hier umgehen, Alter. Whitescreen-Problem, ne? Whitescreen-Problems every day, ne? Oh. Lücken gebracht, Alter. Geil, ne? Hat dir gefallen. Ähm. Ja, gut. Oh, Gott. Was zum Fick... ...tu ich ja eigentlich? Keine Ahnung, was ich tue. Irgendwas. Ich zocke wahrscheinlich. Ne, tu ich eigentlich gar nicht in meinem Leben, ne? Danke für die Runde Ringe. Aber das war jetzt auch wirklich wieder brutal. Wieso kann man so brutale Level? Ich verstehe es nicht. Der Boss. Nummer eins. Okay. Na dann. Egi. Let's fight, ne? Oh, mit Gegner haben wir noch. Moment, haben wir schon die Mission zerlegen, ne? Haben wir noch. Gut, können wir noch mitmachen, ne? Die Mission wird jetzt alles weg, ja. Es geht los. Oh mein Gott. Ähm, ja, Egi. Deine Arketen fand ich geil, ne? Eigentlich nicht. Hab ich so gelogen, Alter. Was soll man groß machen? Was soll man groß machen? Na? Wollst du deinen Arketen ab? Alter, du Terrorist. Der ist echt ein Terrorist, Alter. Jetzt, jetzt ist es bewiesen. Es ist bewiesen. Du bist ein Terrorist. Und ein Idiot. Einfach mal, weil die Städte so blöd ist, ne? Die Städte ist so rabiade blöd hier. Wenn der uns chastet. Wir sind immer höher. Ähm. Oh Gott. Jetzt einfach keine Double-Jumps machen. Einfach nur mal jumpen. Damit alles gut. Yep, es wird alles gut hier, Alter. Jetzt den Tobogang einlegen. Los. Oh Gott, Alter. Kommt ganz schnell hier hoch. Ähm. Oh Gott. Wir haben ein Problem, Alter. Alter, wir haben es überlebt. Wir sind weiter. Wir leben noch. Oh mein Gott. Ich habe mich voll zu quasseln. Alter, jetzt finde ich auch noch mehr für das Short-Sprüche, Alter. Gut, der Treffer hat es ihm sowas von einem gegeben. Ah, scheiße weg. Wir haben festgesteckt. Oh mein Gott. Das war jetzt... Oh nein. Das war... Wow. Wir sind aus der gefährlichen Stelle. Erstmal raus. Wir sind hier raus aus der gefährlichen Stelle. Oh mein Gott. Wir sind hier noch nicht... Ja. Wir sind hier sicher. Wir haben gewonnen. Holy fuck, Alter. Und mein Ringkonto hat echt Zuwachs bekommen. Aber dermaßen Zuwachs. Holy. Holy, holy, ne? Danke für... Wunschhaft. 1000 Ringe in safe. Ihr habt doch einen Arsch offen, oder? Ihr habt einen Arsch offen. Aber sowas von hart. Ich muss noch ein... Ach, wer Feinde töten. Alter, das ist... Das ist klar. Ja, das war es mir wert. Das auch. Ja. Oh. Haben wir. Danke. So. Mission abgeschlossen. Oder? Den Eckdick abgeschlossen. Das war ja keine Mission, Alter. Aber hey. Alle roten Ringe. Awesome. Nebenbei, den nächsten Fall, wenn wir dann auch mit anderen Charakteren beschreiten. Das heißt, ich werde dann vielfach bis Level 17 mich auch pushen, Alter. Das ist schon mal ein Plan in dem Sinne. Okay. Den haben wir auch ermordet. Ermordet vor allem, ne? Ah, wir haben auch über die Hälfte zu killen, Alter. Lecken am Arsch. Ich kann auch Turbostock benutzen. Kann ich auch machen. Warum nutze ich es nicht? Weil es ja nicht verstärkt genug ist. Können wir damit sagen, keinen Vorteil bringen, wenn ich es benutze. Ich müsste den Turbostock bis fast zum Anstark hochziehen. Also bis auf die zweite Stufe müsste ich ihn hochheben. Dann könnte ich damit garantiert alles skippen. Aber... Ist das Ding hier überhaupt nicht hochgezogen. Ähm, okay. Kann man nicht mehr mal Ringzeit geben? Wäre auch geil, ne? Eine Ringzeit wäre wirklich cool. Ja, Ringzeit wäre definitiv was. Ringschirr und Magdehschir zusammen, Alter. Das wäre eine Kombination. Weil dann kannst du ordentlich hier einsaugen. Kriegst auch noch 15 Ringe pro Gegnern geklatscht, Alter. Das ist doch vom Vorteil, ja. Und nächste Runde. Ring Nummer 9. Was kommt jetzt? Nächster Sprung, Massaker, ja. Geht das mal vollkommen. Okay, das war es gemein. Na gut, ist das Spiel mal nicht gemein. Oh. Ringzeit kommt jetzt zum ungünstigsten Zeitpunkt, ne? Gehen wir jetzt genug überhaupt dafür zusammen, Alter? Ringzeit ist uns eher... Ach, leck mich doch klar am Sack, Alter. Jetzt haben wir wieder was verpasst, Alter. Aber wir haben... Den Scheiß verpasst. Mein Gott. Wieso? Wieso haben wir den Scheiß so verpasst? Ich verstehe es nicht. So, dann müssen wir es eben noch einmal. Oh. Jetzt versuchen wir es einfach mal so. Einfach rumgemogelt, Alter. Und nochmal gemogelt, Alter. Äh. Wie beginnt? Was war das? Was war das? Was habe ich angegriffen? Ach, war gar nichts. Ich war es nicht, ne? Ich habe ja gar nichts getan. Aber hey. Sieben rote... Sieben, genau. Drei rote Ringe. Drei rote Ringe im Akt neun, Alter. Warum richtig vollkommen halt? Was für ein Sieben sagen? Ich habe keine Ahnung. Halt dein Maulspiel, Alter. Halt dein Maulspiel. Oh mein Gott. Wir müssen da lang. Wir müssen da ein bisschen lang her. Aber wir haben es überlebt. Alles bestens. Finden noch Ringe in den Safe. Alles safe, Alter. Finden Feinde zum Ohren. Können damit hier unsere Mission weiter fortsetzen. Wir werden bald, Alter. Und das ist die Feinde umgebracht haben. Oh mein Gott, Alter. Also, man kann, soll ich sagen, der Act ist eigentlich... Ist der... Der geht vollkommen. Der geht aus meiner Sicht vollkommen klar, Alter. Der geht mehr als vollkommen klar, Alter, hier. Nehmen wir kurz mal um. Ach, halt, doch die Fressen, Alter. Nächster mach ich mit Shit, Alter. Dann bin ich durch. Aber hey, noch ein Act und dann kommt der Boss. Nummer zwei. Dann haben wir auch die Zone hinter uns. Manchmal schau ich darauf. Ich habe halt die nächste Zone hinter mir. Awesome. Akt 11. Here we go. Ich sag der Karte, here we go. Und sterbe trotzdem, Alter. Was zum Teufel. What the hell I'm doing here. Ähm. Lol. Okay, alles klar. Das Spiel hat auf jeden Fall seine Drogen gut genommen, ne. Das Spiel hat auf jeden Fall seine Drogen mehr als perfekt genommen, hier. Ich behalte meine Ringe, Alter. Ach, Ringzeit ist totes auch noch. Ähm, ja. Die Ringzeit hat mir auf jeden Fall sehr gut genützt. Ich meine, wir haben ja kaum einen Feinde erfischt, aber... Meinetwegen. Hat gut funktioniert. So, dann kommt der Boss Nummer zwei. Die zweite Runde gegen Aggie. Alter, jetzt gibt es ja auch eine Schringe zu holen. Was soll ich mir ausnutzen, die Runde? Wobei, wenn ich das Metall sehe, dann weiß ich auf jeden Fall... Die Runde wird mir auf jeden Fall keine Freude machen. Ah ja, also es ist dieselbe Kombination wieder. Aber ernsthaft, das wird mir keine Freude machen, hier. Und da ich sehe, dass Eggie mich schon sehr dicht auf den Fersen ist, ähm... Werden wir mal normal spielen. Ja, das hat mir auch jetzt gerade sehr gut geholfen. Das hat mir gerade sehr geholfen, Alter. Anwes' ich. Naja, vom Ausweichen her... Erstmal habe ich erstmal keine Nachteile. Nicht so wie beim ersten hier, der ich mir... ...unpasst war, können. Oh. Jetzt kommt Eggie wieder. Ja, Eggie, sicher, dass du da bist. Ich kriege es ja auch so mit, ohne dass du hier reden musst. Oh mein Gott. Oh, Treffer passt. Was war das nur? Ich habe keine Ahnung. Und definitiv, die Boss-Mission bringt immer wieder schöne viele Ringe rein. Ihr wollt Money. Ihr wollt Money. Spielt Bosskämpfe. Gibt Geld. Okay. Okay, die Schwal haben wir auf jeden Fall überlebt. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier rauskommen, Alter. Der Arsch ist mir wieder auf den Fersen, Alter. What the fuck? Lass mich in Ruhe. So. Verrecke. Du weißt, wie ich hier sterbe, habe ich gehört. Also, hier hast du davon. Wer mich reizt, kriegt aufs Maul. Das sollte man sich merken. Alter, man kann das wieder hochgeladen, Alter. So. Auf der S-Kannsgleich. Cool. So. Jetzt kommen die Cutscene. Ich muss die Musik wieder einfügen, weil ich habe den Cutscene-Track, der mir deswegen ein bisschen normal klingt. Ich meine, es ist doch scheiße ohne Musik. Ich meine, hallo. Ohne Musik, das geht mir absolut gar nicht. Wow. Und die Blue Skyser machen wir natürlich dann im nächsten Pub, von daher. Ihr könnt schon mal in den Kommentaren eine Wertung dalassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und natürlich Emerald Control. 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 Vielen Dank.